Herr Abgeordneter Stadler, ich begrüße Sie sehr herzlich zum zweiten Plenum im Oktober 2013 in Straßburg. Es wurde gleich am Anfang dieser Plenarsitzung von Herrn Schulz, dem Präsidenten, mitgeteilt, dass Barroso wegen einer angeblich drohenden Zahlungsunfähigkeit im November darum bittet, einen Nachtragshaushalt zu bewilligen, weil die EU zu wenig Geld habe. Wie ging das vonstatten Montagabend bei Beginn der Sitzung? Das war sehr skurril. Das heißt, der Herr Präsident Schulz hat berichtet, der Herr Kommissionspräsident Barroso hätte ihn in der Früh um halb acht angerufen und ihm gesagt, bitte macht die Woche wirklich schnell was, weil wir haben sonst in 14 Tagen kein Geld mehr. Das ist so unglaublich, dass eine der Institutionen, die im weltweiten Wettbewerb als einer der Global Player auftreten möchte, in der Früh um halb acht draufkommt, dass man die Woche unbedingt noch einen Nachtragshaushalt beschließen muss im Ausmaß von mehreren Milliarden Euro, dreieinhalb Milliarden Euro. Ansonsten drohe die Zahlungsunfähigkeit. Da sieht man, wie man in dieser Union mit Geld der Bürger umgeht. Erstens zeigt sich, dass die Leute nicht in der Lage sind, ein ordentliches Budget zu exekutieren, weil es müssten sie nicht permanent Nachtragshaushalte haben. Das ist jetzt nämlich schon zum x-ten Mal der Fall. Und zweitens zeigt sich, wie unprofessionell, so nebenbei man die Milliarden anfordert. Weil letztlich geht es ja darum, dass wenn der Nachtragshaushalt so beschlossen wird, dann müssen ja die Staaten dann die entsprechenden Mittel nachschießen. Das heißt, es geht wieder auf Kosten der jeweiligen Steuerzahler, der Mitgliedsländer, die dann in Milliardenhöhe für diesen Nachtragshaushalt aufkommen müssen. Ich habe gegen diese Vorgangsweise gestimmt und ich werde auch gegen den Nachtragshaushalt stimmen, weil ich diese Vorgangsweise zunächst einmal für vollkommen inakzeptabel halte, aber auch der Meinung bin, dass die Kommission schlicht und einfach mit dem Geld, das sie bekommt, auskommen muss und keinen Cent mehr kriegen darf. Nun könnte man ja unterstellen, dass die Kommission sehr wohl rechnen kann, wie viel sie noch hat und wie viel sie noch ausgeben kann. Und jetzt spielt sie aber trotzdem dieses Spiel mit dem Parlament. Und Herr Schulz hat ja durchblicken lassen, dass er das eigentlich nicht duldet, eine solche kurzfristige Informierung und quasi Erpressung eines solchen Beschlusses. Warum machen die Abgeordneten trotzdem mit bei diesem Spiel? Weil sie am Gängelband der Kommission geführt werden und der europäischen Institutionen. Sie sind so sehr in ihrer ganzen pseudoreligiösen Europismusgesinnung verhaftet, dass sie es gar nicht sich leisten können, einmal es darauf ankommen zu lassen. Wenn sie ihren Bürgern verpflichtet werden und ihren Wählern verpflichtet werden, dann müssen sie es sogar darauf ankommen lassen. Dann müssten sie die Kommission zwingen, mit dem vorhandenen Geld auszukommen und ihnen kein weiteres Geld bewilligen. Angenommen, die Kommission würde nun zahlungsunfähig im November, was würde denn die Konsequenz daraus sein? Das wäre so wie in Amerika, es müssten zigtausende Beamte schlicht und einfach aufs Zwangsurlaub gehen. Würde denen vielleicht einmal ganz gut tun, denn die sind nicht so schlecht bestallt. Das heißt also, denen würde es vielleicht wieder mal ganz gut tun, das Gefühl für Arbeitslosigkeit zu bekommen. Nämlich jenes Gefühl, dass mehr als die Hälfte der Jugendlichen in den Ländern der Olivenstaaten, in Griechenland, in Spanien, in Italien haben. Und jenes Gefühl, dass über 20 Prozent der Bevölkerung im Durchschnitt in Europa hat, nämlich keinen Job zu haben. Das würde denen vielleicht einmal ganz gut tun. Der mehrjährige Finanzrahmen wurde jetzt nochmal weiterhin verschoben. Die Position, die Verhandlungsposition des Parlaments, ist die nun wirklich so stark wie immer behauptet von den Abgeordneten oder gerne gesehen von Abgeordneten? Überhaupt nicht. Und das zeigt sich ja auch jetzt. In dem Moment, wo es dann hart auf hart geht, kriechen sie vor ihren Europismus-Tempel hin und leisten Abbitte und beschließen schlicht und einfach alles, was verlangt wird. Wenn jetzt selbst die Kommission Probleme mit der Solvenz hat, mit der Zahlungsfähigkeit, wie kann man dann von einer guten Stimmung in Europa und von einem Aufschwung nach der Krise sprechen, wie es ja viele EU-Politiker immer wieder tun? Ja, das ist das berühmte Pfeifen im Walde. Wenn man sich fürchtet, dann pfeift man laut im dunklen Wald, damit man sich selber Mut macht. Und das ist genau das Gleiche. Sie wissen ganz genau, dass Sie keinen einzigen Aspekt der Krise geregelt haben. Sie haben die Finanzkrise bis heute nicht im Griff. Sie haben die ganzen großen Krisen der letzten Jahre nur verschoben. Sie sind alle nur vertagt worden. Und das mit Milliardenaufwand gelöst ist gar nichts.